Hey ho Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem des Sacred Stones. Ja im letzten Kapitel, in Kapitel 3 haben wir die Bastos-Vatiten besiegt und jetzt sind wir auf dem Weg zu Bacha Svejan. Mit ihrem wiedergefundenen Armreif in den Händen macht sich Erika mit neuer Entschlossenheit auf den Weg. Die Passage durch den alten Wald von Zahra führt sie nahe an die Grenzen Grados. Als sie sich der Stadt Seraphiu nähern, zerstreuen sich Erikas Befürchtungen, da nur wenige feindliche Truppen aufmarscht sind. Doch im Schatten der Bäume lauern noch nie zuvor gesehene Schrecknisse. Kapitel 4 Uralter Schrecken Wir nähern uns Seraphiu an der Grenze zwischen René und Grado. Sobald wir diese überquert haben, befinden wir uns in Grado. Bis nach Renwell ist es dann nicht mehr weit. Vorausgesetzt natürlich, wir können in die Grenze ohne Zwischenfall passieren. Oh, sieh doch, dort drüben. Diese seltsamen Gestalten. Was, was sind sie? Sind das überhaupt Menschen? Etwas derartiges habe ich noch nie zuvor gesehen. Was mag es sein? Was haben wir nur getan, dass wir all diese Prüfungen auf uns nehmen müssen? Was geschieht nur mit uns? Wir können solche Abscheulichkeiten nur auf dem Angesicht unserer Welt wandeln. Wo uns doch die heiligen Steine beschützen. Lute, bitte außerhalb der Mauer und ist das gefährlich. Bleib hier im Dorf. Das sind Zombies, nicht wahr? In den Tagen der Dunkelheit waren sie die Vorhut des Dämonenkönigs. Das Buch von Masanai beschreibt es in Kapitel 2 Absatz 7, Paragraph 8. Du weißt von ihnen? Ha, ich bin ein Wunderkind. Ich kann mich an beinahe alles erinnern, was ich jemals gesehen oder gehört habe. Laut dem Buch greifen Zombies mit dem Rasiermesser scharfen Klauen an. Klingt schmerzhaft, findest du nicht auch? Ja, äh, nun, es mag sein, wie es ist. Aber ich muss den Reisenden da draußen zur Hilfe eigen. Du solltest hier in der Sicherheit des Dorfes verweilen. Na schön, es macht mir nichts aus, hier zu bleiben. Es scheint ohnehin die klüge Reval zu sein. Die Magie ist weitaus mächtiger als jegliche Monsterklaue. Der dichteste Pelz und die stärkste Rüstung sind nutzlos gegen die Macht der Magie. Ja, ich hätte auch die Schwertkunst studieren können. Doch nichts ist meiner mehr würdig als die Magie. Selbst wenn dieses Dorf von Monstern überrannt werden würde, könnte ich allein es perfekt verteidigen. Reisende hört mich an. Der Eilgewalt von Zahar ist gefährlich. Wendet euch nach Süden und doch messt diesen Ort, bevor euch die Monster umsingen. Wer seid ihr? Mein Name ist Arthur. Der Zahnbar hat mir den Auftrag gegeben, den Wald von diesen Dingern zu befreien. Aber der dunklen Kreaturen sind das nur so viele. Ich frage mich, ob ich allein viele gegen sie ausrichten kann. Ich muss euch bitten, die Flucht zu ergreifen, solange ihr noch könnt. Dunkel Kreaturen? Ihr sprecht doch wohl nicht etwa über jene Monster, die einst dem alten Dämonenkönig dienten. Das kann nicht wahr sein. Sie sind nichts als Legenden und Märchen. Ja, das dachte auch ich, als ich von ihnen Kunde vernahm. Und doch sind sie hier. Das ganze Land ist überschwemmt von ihnen. Wie weit sie sich wohl schon verbreitet haben mögen? Mit Sicherheit treiben sie nicht nur in René ihr Unwesen. Aber warum sind sie hier? Wie? Vorsicht, eure Ruhe! Dann nähert sich etwas. Ui, 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 ui. Bitte erlaubt mir, mich darum zu kümmern. Übler Schatten, möge das heilige Licht dich von diesem Land bannen. Jetzt greift er an. Das ist ein normaler Angriffsmagier. Und jetzt seht ihr noch den Critical Hit. Weg ist das Monster des Dämon. Dum, 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 dum. Oder Dämon halt. Wir sollten ihm helfen. Allein kann er es nicht gegen sie alle aufnehmen. Wie lauten eure Befehle? Ja, wir wechseln jetzt mal die Einheiten. So, da la, Einheiten wählen wir. Seth bleibt hier und Garcia bleibt hier. Dafür kommen Korn und Nemi mit. So, dann machen wir einen Tausch. Und zwar Garcia gibt jetzt mal alles ab. Und Seth auch. So, Nemi hat noch alles. Fonds. Du gibst den Türschutz ab. Und nimmst dir dafür Eisnackes Wurfball. Jo. So, Nemi hat alles. Du gibst auch Sachen ab. Eislanze. Das Wurfball. Mulder hat alles. Sie holt sich jetzt eine Lanze. Welche finde ich? Die Eislanze. Guilhem. Fonds. Geben. Feuerwehr. Neben. Heimittel. Erika bekommt zwei Schwerter und zwei Salschwerter. Also das ist das Stahlschwert. Arthur hat alles und er hat auch alles. Es geht los, Leute. Eine meiner Gefährten befindet sich in dem Dorf im Süden. Wenn es euch gelingt, schnell dorthin zu gelangen, so flehe ich euch an, für eure Sicherheit zu sorgen. Okay, wir beginnen so. Wir schicken Arthur in das Dorf. Seht ihr den alten Baum südlich von hier? Ich wette, wenn ihr ihn umstößen könnt, würde er gut als Brücke dienen. Zückt eure Wafeln, verpasst ihn ein paar ordentliche Hiebe. Das sollte reichen. Hier nehmt dies und versucht es. Damit wird es euch ein leichtes sein. Wir haben eine Eisnackes. Geil. Okay, dann schicke ich jetzt Erika mal hier hin. Mit dem Eisschwert. Und Korn kommt jetzt hier hin und greift den Typen einfach mal an. Auf gut Glück. Er trifft mit 72% nicht. Okay, er wird selber auch nicht getroffen, aber trotzdem. 72%! Was soll das? Okay, cool. So, dann gehe ich mit ihr jetzt hier hin. Item Eisslanze. Gilliam bleibt hier. Franz kommt nach vorne. Nehmi kommt auch nach vorne. Und Ross auch. Und Mulder sowieso. Es geht los. Der Gänger trifft an. Der trifft Nehmi an. Er trifft Nehmi aber nicht. Ja! Okay, er greift. Come on. Trifft dich, trifft dich. Schalalala. Ich treffe auch nicht. Schalalala. Okay. Gut gemacht. Okay, er greift Erika an. Das war dein Untergang. Mit 24% getroffen. Was soll denn das? Mit 24%? Doch, das ist doch ein Witz. Das ist echt ein Witz. Klar, 59%. Ey, ey, ey. Mach hin weg. Oder auch nicht. Wie mach ich denn das jetzt? Wie macht ihn jetzt weg? Schönes Ding, Nehmi. Und er macht ihn da weg. Ach, er trifft schon. Ich vertraue ihm. Ich treffe der Gegner an. Der hat nicht getroffen. Und wir treffen jetzt einfach noch mal. Geil, Mann. Komm, you're so great. Level up für ihn. Geil. Level 3. Naja, immerhin Geschwindigkeit. So. Natürlich machen wir Level 1. Aber ich muss ihn nehmen. Wie mach ich denn das jetzt? Mach ich grad mit ihn an? Und nochmal? Weil er bekommt eh so viel Erfahrungspunkte. Und du darfst hier einfach den letzten Schlag machen. Mit dem langen Speer. Dass sie eh eh mindestens einmal treffen wird. Geil, Mann. Nessa, you did a great job. Und du bist fast level up. Auch schön. Okay, dann greifen wir den da an. Ach, der ist schon weg. So gut wie. Arthur. Arthur. Du weißt aus. Du weißt nicht aus. Dann eben nicht. Okay, der hat noch ein, äh, Life Point. So, was macht ein Gelirn jetzt? Gelirn geht hier hin. So. Dann kann Franz jetzt mal in Ruhe. Nichts tun. Ja. Ist gut. Ende. Weiter geht's. Nächster Zug. Macht der Gegner. Er kommt gestürmt. Natürlich greift er Erika an. Warum auch nicht. Sie weckt aus. Das ist toll. Das folgt mich. Ja, und er greift einfach Arthur an. Ist der denn des Wahnsinns? Der trifft. Go, Arthur. Er schwächt sie schön alle. Ist das nicht toll für uns? Yay. Oh nein. Diese Reisende werden von Handlanger des Bösen bedrängt. Ha, ha, ha. Da habt ihr recht, Lady LaRachel. Das kann ich nicht zulassen. Kommt. Wir müssen über diese Klippen eilen und ihnen zur Hilfe kommen. Über diese Klippen eilen wir nur in den sicheren Tod. Wie wäre es, wenn wir nach einem hübschen, gemütlichen Pfad nach unten suchen? Äh, ja. Nun, lasst uns trotzdem Eile machen. Ich kann es nicht ertragen. So seht, wie diese verfluchten Bestien in Amok laufen. Jo. Okay. Wie machen wir das weiter? Okay. Ich werde das so machen, dass ich... Keine Ahnung, was ich machen werde. Soll ich sie hier hinstellen? Kann sie denn von nebenan gegriffen werden? Nein. Das heißt, ich stelle sie garantiert hier hin. Und sie soll sich mit den Raben hier um den kümmern. Ja. Am besten so. Sie darf halt auch nicht getroffen werden. Dann wird sie halt getroffen. Hallo, Erika ist toll. Die überlebt das schon. Da voll ist das Vertrauen dazu. Okay. Naimi, du triffst mit 99%. Oh Gott, du bist eine hohe Volltrefferquote. Äh, nicht Volltreffer, sondern Trefferat einfach. Ja, Trefferat ist das richtige Wort. Okay. So, dann greift jetzt noch Ross an. Und zwar den einen Typen da hinten. Jo. Genau den. Den haut jetzt Ross weg. Habe ich vollstes Vertrauen dazu. Louie, level up. Nice. Level 6. Geile Werte aufgestiegen. So, dann kann sich jetzt... Äh, Arthur um den hier kümmern. Weg mit diesen üblen, bösen... Nice, nice, nice. Muss ich schon sagen. Okay, du gehst jetzt aber lieber hier her. So, du bist angegriffen worden. Du bist angegriffen worden. Muss ich denn hier jemanden heilen? Ja, Erika. Aber das mache ich erst im nächsten Zug. Ne, Ross braucht keinen Heal. Äh, wir nehmen den Like-Lanze. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Reicht die Eiseln-Lanze? Die macht auf jeden Fall guten Schaden. Da muss ich mich erst mal treffen. Ha! Gut, Vanessa. Okay, dann kannst du das jetzt hier angreifen mit dem Eisenschwert. Schönes Ding. Und wir bänden den Zug. Und gucken, was der Gegner macht. Er greift Arthur an. Er trifft Arthur. Ei, ei, ei. Okay. So. Vanessa erledigt ihren Job hier. Macht das Ding da weg. Das Gländer. Schönes Ding, Vanessa. Das bedeutet für dich ein Level up. Vanessa erreicht Level 2. Na, endlich. Ui, 5 Werte gleich. Gut, girl. Oh, da kommen wieder Gegner. So. Hm. Ja. Er fährt mit Ross hier den... Oder was soll ich mit Nehmi machen? Neh, mit Ross. Ross soll den dann fertig machen. Gibt Erfahrungsbote. Nice. So, dann kann sich er um den hier kümmern. Schön. So. Was ist denn, wenn ich den mit einem Eisenschwert angreife? So überlebt er eher eh nicht. Achso, Angriff. Okay. Yeah, Erika. You did a great job. Das ist ein wichtiges Haus. Das ist Erika. Yay. Okay. Ich stelle kaum hier einfach in den Wald. Und greife er das noch an. So. Aber Leute, jetzt beende ich den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das würde mich freuen. Ich freue mich, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn das heißt, let's build Fire Emblem. Bis der Cutts Downs. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.